So, liebe Facebook-Freunde, wenn ihr Bock habt, einen richtig guten Film zu sehen, einen richtig guten deutschen Film zu sehen, mich zu sehen, Wladimir Burlakoff zu sehen, Maria Dragos zu sehen, Ulrich Nürten zu sehen, Max Hegewald zu sehen und ganz viele andere ganz tolle deutsche Schauspieler zu sehen, dann geht ab dem 21. November bitte, bitte, bitte in Scherbenpark. Ein super Film, auch wenn ich die ganze Zeit zu sehen bin. Hals, Maul! Manchmal denke ich, ich bin die Einzige in unserem Viertel, die noch Träume hat. Da kommt die Bildungselite. Ich kann einfach nicht mit Männern, die nicht lesen können, dann kriege ich eins der Phagasmusprobleme. Die Reue zerreißt mein Herz. Haben Sie vergessen, was dieses Arschloch meiner Familie angetan hat? Hals, Maul! Ich bräuchte für ein paar Tage mehr Bleibe. Ist nett hier. Ich bin übrigens Felix. Weißt du schon, wie lange du bei uns bleiben möchtest? Nö. Magst du auch? Ich trinke nicht. Du bist nur jung, wirst dir deine Meinung noch dreimal ändern. Irgendwie habe ich gedacht, dass hier glückliche Menschen ohne Probleme seid. Könntest du mich immer anrufen? Echt? Die ist schon fertig. Wie? Schon fertig? Wie lange soll denn das gehen? Ich glaube, du solltest erst mal mit anderen Frauen weiter üben. Ich habe immer gedacht, dass ich im Kopf schon erwachsen bin. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Willst du mir sagen, dass du meinen Sohn heute Nacht ein Jungvater bist? Nee, heute Mittag. Hm-hm-hm. Hm-hm-hm. Bis zum nächsten Mal.